Das hier kennt bestimmt jeder. Und das hier hat bestimmt auch jeder schon mal gemacht. Doch wenn man nicht immer so eine Folie zur Hand hat, soll dieses Gadget Abhilfe schaffen. Es nennt sich Luftpolsterfolien-Simulator und kostet 9,90 Euro. Drückt man nun einen der oberen Knöpfe, so spielt das Gadget einen kleinen Ton ab, der sich so ähnlich anhören soll wie das Zerplatzen des echten Luftpolsters. Bei jedem zwölften Drucken spielt das Gadget einen besonderen extra Ton ab. Kommen wir nun zum Fazit. Mir persönlich gefällt der kleine Luftpolsterfolien-Simulator nicht sehr gut. Er sieht zwar klasse aus und funktioniert auch ziemlich gut, aber der Sound hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem des echten Luftpolsters. Und auch einen Preis von 9,90 Euro finde ich persönlich ein wenig zu teuer.